Nach oben! Dort sollen irgendwo... Ach ja, genau! Spring! Wieso? Ja, wieso kannst du da nicht runter springen? Aber hier, oder was? Weg! Geh weg! Mach Kopf ab, Chef! Kopf ab! Ja, Kopf ab! Stirb, stirb! Ja, stirb! Einer lebt noch! Der lebt, glaub ich, auf der anderen Seite! Hüpf! Und hier entlang! Äh... Wo, was? Wo ist denn der? Hä? Verwirrung? Ah, da ist er! Aber da komm ich natürlich nicht hin! Ohne Magie und Zauberei, natürlich nicht! So, ach, ich muss hier oben... Nein! Ich muss nicht hier oben lang! Ich muss... Okay, toll! Hier geht's nicht lang! Okay... Das mit der Sonnenbrille ist, glaub ich, doch nicht so einfach, wie es in Erinnerung hatte! Ich hatte sie, glaub ich, nicht zufällig gefunden! Das ist jetzt nicht schön! Ich kann euch ja gleich mal den Raum zeigen! Mit dem Licht! Ja, gib mir! Gib mir, gib mir! Danke, danke! Äh... Ja, hier geht's in den Raum! So, und dann, wenn man sich hier bewegt, passiert das! So, dann kann man vielleicht noch diesen Totenkösten hier folgen! Die führen einen dann noch an den Wänden entlang, aber das bringt auch nicht viel! So, und dann ist hier so ein Sucky-Head! Nein! Wo willst du hin, mein Freund? Ah, tot! Zum Glück! Ah, tot! Und hier runter! Ah, okay! Hier, hier war die Sonnenbrille! Wo liegt sie? Ne, hier ist sie frisch! Okay! Ah, da liegt die Sonnenbrille! Okay! Seht ihr, sie blinkt? Und die Abwehr hat sich erhöht! Ähm, da! Etwas langes liegt auf dem Boden! Du 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 hast du 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 die Sonnenbrille! Erhalten! Nein, gefunden! Mach weg! Danke! Ähm, ähm, ähm... Muss die ausrüsten? Jo! Die Läser der Brille sind aus schwarzem Kristall. Sie halten helles Licht ab. Sehr schön! Mehr will ich doch auch gar nicht. So... Was geht hier ab? Haben wir hier schon? Ne, hier sind noch... Hier ist was? Ach, ein Gegner! Okay! Ein Gegner ist hier noch! Da schwirrt er auch schon rum! Und jetzt rennt er von mir in der Klasse! Der rennt den ganzen Raum hier entlang, bis er wieder zurückkommt. Und dann stellen wir uns mal hier hin. Wo wirst du? Da blicken! So! Jawoll! Mehr Angriff! Deine Stärke hat sich erhöht! Also blind, also ohne die Sonnenbrille kann man auch zu diesem Speicherpunkt kommen, aber... Naja, ne? Muss ja nicht sein. So, jetzt gehen wir einfach mal hoch! Upstairs! Und jetzt haben wir ne Sonnenbrille! Jetzt können wir die Viecher hier... Hier, da geht's zum Speicherpunkt! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht demonstrieren, aber okay! Heilen wir uns einfach mal! Ich hoffe, der ist nur zum Heilen da! Ich hab keine Lust mich in den Willzug verwandeln! Zaaaack! Zaaaack! Weiter! Bäm So, diese hier führen ins Nichts Das habe ich nämlich auch schon mal blind überprüft So, und hier ging es nie weiter Jetzt weiß ich auch, warum es hier nie weiter ging Und das wollte ich eigentlich erst blind ausprobieren Aber ich glaube, da wäre ich voll auf die Schnauze gegangen bei Das ist nämlich keine gute Idee Man muss sich nämlich doch in Will verwandeln Oh, jetzt lag der schon wieder, Mann Warum denn? Es passiert rein gar nichts, sonst es fängt an zu laggen Zwei Gegner noch Okay, wir müssen uns in Will verwandeln Und, Moment mal, was war hier unten? Ah, ich wusste es Konnte ich mich schon denken, so ungefähr, dass sowas da oben ist Tür, mach, danke Ich hoffe, wir müssen nicht als Will gegen einen Entgegner kämpfen Das ist so mühselig Das ist so mühselig Das ist so mühselig Jetzt werden wir von Darth Vader zu 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 R2D zu allerhöchstens Zack Zack Wir sind Will, hurra Oh ja Ganz toll Will Will diese Kiste noch haben Deswegen werde ich jetzt hier lang rennen und da lang rennen und hier unten durchdäschen Hurra Und da ist der Kopf Oh, wir machen sogar so viel Schaden Vereindruckend Ich glaube, hier geht es zur Kiste Jawohl Kiste Wurde sich ein Weg gefunden Hurra So, hier hoch Nach links Nein, rechts Nach links Nach unten Nach rechts Und nach oben Und da sind wir oben Mal sehen, ob es auf der Seite noch irgendetwas gibt Man kann ja nie wissen Und Kabusch Hier gibt es einen Weg Juhu Toll Ein Weg Und hier gibt es den Weg zurück Bleib stehen Und Oh, Leben, 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 Leben Danke Es fehlen uns noch vier Herzen So wie es aussieht Halle 3 Stirb Nein, du würbelst Toll, toll, toll Sehr toll Ja, komm, stimmt Alter, 12 Schaden Wir machen jetzt so viel Schaden mit Wink Geben Wie, geht nicht Geht doch Oh, toll Bevor er aufkommt Oh, der arme Kohle Tod Zack Durchdaten Komm her, komm her Nein, du sollst dich nicht Nein, du sollst mir auch keinen Schaden machen Du sollst einfach nur Sterben Das ist die Aufgabe Für die du programmiert wurdest Ich gehe mal nach hier oben Okay, ich glaube, hier wäre, glaube ich, alles hell Glaube ich Zack Okay, da kann ich runterfallen Da will ich runterfallen Und deswegen falle ich jetzt da runter Zack Dritte Stockwerk Juhu Und ich kann Totenkörper kloppen Und tot Tot Juhu Gib Und weiter geht's Igule Die Gegner sind denn hier noch Fünf Stück Zack Und zack Weg Den habe ich allerdings übersehen Das ist gar nicht gut Dich habe ich noch am Leben gelassen Weil ich keine Bock hatte, dich zu verprügeln Potsau Ey, falsche Richtung, mein Freund Zack Weg Jetzt nur noch der eine Der da unten war Den nehmen wir gleich mal mit hier Hier runter Und jetzt rutschen wir ihn voll ins Gesicht Ey Zack Meine Freunde Abbrr Wir bekommen Abbrr Da geht's wieder nach unten Da wollen wir mal nicht hin Deswegen gritschen wir da wieder durch Und gehen upstairs Zack Es geht weiter Juhu Okay, dieser Tempel ist vielleicht doch etwas schwieriger Wie viele Stockwerke hat das Ding denn Vier Gegner sind nicht viel Das freut mich Äh, okay, da geht's nach unten Da will ich aber nicht hin Okay, da sind die Und ein Golem Und zack, zack Oh, und Und zack, zack Oh, zack, zack Oh, und mehr Leben Oha Hier gibt's verdammt viele Leben In diesem Tempel Jetzt brauchen wir nur noch Drei Herz Also dreimal Leben bekommen Und dann ist es Geschichte Okay, weiter geht's hier nicht Hier war alles für ein rotes Juw Und Na, okay, und für Leben Und Leben sind wichtig Ähm Ich bin einfach so runter Ne, wir gehen gepflegt Die Treppe Wie, wie ein Gentleman Wie ein gut erzogener Junge Ähm Ah, das ist die zweite Treppe Okay, wir hätten doch springen müssen Toll Tut mir leid Ich bin nicht perfekt Aber Dit Konnte ich nicht wissen Lalalala Und hier runter Zack Ich hoffe, wir kommen da auch so hin Ja, natürlich Perfektamente So, und hier Da hoch Und hier hoch Und da Oh mein Gott Was, es gibt hier was? Ach so, okay Fünftes Stockwerk Nein Ach, ich wollte sagen Endgegner Ah, guck Hier, hier ist schon mehr los Hier passiert gleich irgendwas Ich sehe das Komm Will Seit Jahrhunderten Habe ich schon auf dein Dein Kommen gewartet Was? Wissen Wer bist du? Ich träume schon Seit langer Zeit Ich träume schon seit langer Zeit Mein Körper wurde zu dem Was er heute ist Ich werde dir eine andere Welt zeigen Schließe deine Augen NOOOOO Oh mein Gott Was geht denn ab? Was? Was? What the hell?